Here we go again! Hallo ihr Lieben! Da sind wir! Und ja, jetzt mag sich vielleicht vom Ansehen her nicht so viel getan haben, außer ich habe hier einen kleinen Freund sitzen, den ich in dieser riesen hohen Level verseuchten Insel leben zurückgebracht habe. Ich bin ganz stolz auf mich dafür. Und er ist mein Haus-Dido, also der wird keine großen Sachen machen. Ja, zeig mal wie schön du bist. Gin hat eine kleine Dame bekommen, die sehr schön ist. Ja, da bist du ganz stolz drauf. Ich kann mich nicht bewegen, weil mein Dilo mir im Weg steht. Der schon wieder ein Level ab hat. Ach wie schön. Übrigens, er mag deine Dame auch. Ist das ein R? Jaja, das ist ein R. Oh! Surprise! Hallo ihr Schönen! Haben wir noch Fleisch im Invent... hier drin? Ja, ich habe reingestanden. Ah, gut. Ah, das ist also der... Alter, wie sieht der denn aus? Äh, okay. Das ist also der Neuzugang. Ja, guck mal, ähm, am Hals. Ja, ja. Oh ja, das sieht tatsächlich anders aus. Oh, das ist cool. Sieht aus wie eine Wirbelsäule für den von unten raus. Ja. Voll hatten die nur so Streifen. Ja. Ach, der Bauch sieht ein bisschen anders aus. Find ich cool. Was machst du denn aufm Haus? Also aufm Dach, also... Wieso? Show me like a French girl. Die Hälfte. Sollte halten, fertig. Dankeschön. Dankeschön. Ich könnte mal gucken, habe ich hier alles drin? Ich habe hier alles drin. Cool. Ach, guck, da ist Fleisch gleich her. Das habe ich hier reingetan für unterwegs, dass die uns das gebatene Fleisch nicht wegdrissen. Ah, schlau! Na dann! Oh, jetzt wird es dunkel. Oh, beim Spiegel hat es gerade die Akkorde gemacht. Das sieht cool aus. Komm mal an. Toll, der ist noch nicht vorbereitet. So. Ah, da oben. Das ist nice. Wo genau bist du denn? Ich bin auf dem Tor raus und stehe hier ganz unschuldig neben Fleischstein. Und das erste, was mich begrüßt, ist ein toter Trigl. Was? Ich bin super kaputt, ich stehe unschuldig hier. Aha. Ja, schon und klar. Okay, warte mal. Guck mal, ob ich... Ah, da bin ich drüber gelaufen, verdammt. Jut, Tyrannos, Eintrag. Okay. Nice. So. Hallo? Ah, jetzt so. Cool. Genau. Und er ist auf die Kiste. Ah. So, und du bist. Ah, das Pachy Rhinosaurus enthousiert. Schön. Sorry. Ich sehe da. Ganz krass. Ich hab den nicht gesehen. Nee, 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 nee. Ja. Oh, ich habe... You have learnt the hair style romantic, you have learnt the facial hair style romantic. What? Hab ich gerade gekriegt. Ich hab mich irgendwann irgendwann zurückgelaufen. Hey, ich will das auch. Ich will auch irgendwo zurückgelaufen. Das ist eh nicht wohl. Ähm... Guck mal, bin ich hier über irgendwas drüber gelaufen? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Das Spiel bevorzugt dich, dass es umgekehrt ist. Klar. Es ist dein Server. Wie soll der mich denn bevorzugen? Der auch beide ein bisschen hängt. Ich hab keine Ahnung. Bin ich hier über irgendwas drüber gelaufen? Oder wieso hab ich das jetzt gekriegt? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Mach doch doch auch nochmal über den Stein drüber. Vielleicht kriegst du es dann auch. Vielleicht ist das der romantische Stein oder so. Nö. Scheinbar bin ich nicht romantisch genug. Du bist nicht romantisch. 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 Genau. Ich will mal den Schneider sagen. Ja. Oh, der ich, Johannes, sieht geil aus. Schwarz-rot. Der gefällt mir. Können wir den mitnehmen? Nein. Oh Mann. Hm. So, wo bist du jetzt dran? Bist du an der neo-grünen Schildkröte vorbei? Ja. Hier runter. Richtung Strand. Ach, Richtung Strand. Ja. Siehst du mich? Entschuldigung. Jetzt nicht. So. So. Irgendwie möchte der Spino die nicht aufnehmen. Jetzt sei denn aufnehmen. Und es ist Rockwell. Eintrag 20. Ich bin dann wieder weg. Und es ist Rockwell. Ok. Er schreibt. Ich war so froh, Miss Walker wiederzusehen. Meine Assistenten sind auf ihre Art und Weise schon schlau. Aber die liebe Helena ist immer noch die einzige Person, mit der ich mich wohlfühle, in meine tieferen Theorien hineinzusinken. Ich fürchte, dass ich sie davon abgehalten habe, auch nur irgendein Wort selbst zu sprechen. Sobald ich mit den Obelisken angefangen habe, konnte ich mich einfach nicht mehr zurückhalten und mein Enthusiasmus ist mit mir fortgerannt. Ich muss zugeben, ich bin sehr eingebunden mit diesem Thema. Nicht wahr? Nun, das bestätigt es. Nach dem nächsten Versuchen werde ich die Iron Brotherhood aufsuchen und ihren Fortschritt beurteilen. Vielleicht kann ich Miss Walker dazu überreden, mich zu begleiten. Wir könnten eine richtige wissenschaftliche Expedition daraus machen. Das war das erste Mal, dass ich mich halbwegs nicht gelabert habe. Ist schön. Aber ich guck gerne mal nach. Na? Das Video habe ich mir in den Lebenskreis noch drüber bekommen. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum. Ach gut, machst du doch den Fuß. Jetzt setze ich auf deinem Dino. Oh, er hat das nicht weggefahren. Da. Und das ist? Ah, der Quetzel. Das Bild ist... Ah, jetzt ist es okay. Der Quetzel. Der Quetzel. Das ist schön. Hm. Oh, ich sehe so. Hm. Wie kommt man da hoch? Wo hoch? Da auf dem Plateau. Da ruhig rumklappen, genauer. Ja, die kommt man da am besten hoch. Ah. Okay, dann ist es gut. Jetzt kann ich schnausen, dass ich mich abstürze. Okay. Äh. Dann, äh. Ich hab da den Dino auch abgefissen. Okay. Okay. Aua. Ich bin da. Und es ist der Raptor. Cool. Oh, wie fies. Ja. Da ist auch die Gehstung. Das musst du jetzt passen. Ja, da haben wir auch schon den nächsten. Ein Eintrag von Rockwell. Schon wieder. Okay. Ähm. Ich bin verwundert. I selbst mit der größeren Nummeranzahl an Testobjekten kann ich nicht mehr die Leidenschaft für meine Forschung aufbringen wie früher. Ich dachte wirklich, dass mein letztes Abenteuer das Feuer wieder in mir entzündet hat. Doch ich fühle mich ständig außerhalb meines Fokus. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Verdammt nochmal. Vielleicht ist das genannte Abenteuer das Problem. Wenn ich daran denke, fühle ich mich immer sehr bereit, über die Obelisken zu sprechen, zu diskutieren und die Artefakte, die ich gefunden habe mit meinen Assistenten. Selbst wenn ich nicht in der Stimmung bin für Forschungen. Sie haben eine gewisse Anziehung, die ich nicht beschreiben kann. Irgendetwas lässt meine Gedanken immer wieder abtreffen zu ihnen, in ihre Richtung. Wie ein starker Zug. Aber ich bin mir sicher, es ist nur eine vorübergehende Sache. Ich muss es einfach mir Zeit geben. Das war wieder holpriger. Verdammt. Sieht aus, als wäre es von Nerva. Mal gucken. Ja, Nerva, Notiz 11. Wie es aussieht, sind einige unserer Nachbarn unsicher geworden, was unsere Raubzykle trifft. Heute habe ich einen eine Nachricht des goldenen Falls bekommen, die einen lukrativen Handel vorschlagen. Zwischen unsere beiden Tribes. Mit der... Wie beschreibt man das am besten? Mit der... Keine Bestimmung, sondern eine... Fähig, wenn ich das Wort zu finden. Oh, warte, ich habe mich gerade auf meinen... Welche Notiz ist das? Hä? Von ihm, welche Notiz... Nerva 11, ähm... Ja, die, dieses, ähm... Es ist, es ist keine, keine Aufforderung unbedingt, aber es ist so, wenn du einen Handel abschließt. Wie nennt man das nochmal? So eine Stipulanz? Was war das hier? Ich komme gerade nicht drauf. Okay, gut. Haben wir beide gerade ausgerufen, das war zu... Also, mit einem, äh... Naja, also mit, mit einer Stimulanz, Stimulanz, also... Naja, gut, ist auch so ein blödes Wort. Äh... Also, sozusagen, sie führen Handel mit denen, wenn sie nicht das Territorium oder deren Konvois, der goldenen Pfeile eben, oder deren Allianz, äh... angreifen. Da. Ich habe kein Interesse an Handels... Handelsvereinbarungen... Handelsvereinbarungen. Aber ich weiß, wie man eine Gelegenheit ergreift. Anstatt die sofort zu akzeptieren, habe ich ihnen angeboten, dass wir das, äh... das Abkommen mit den Pfeilepleadern auf einer neutralen Seite abschließen. Ich habe lang genug geplant. Es ist Zeit, dass die neue Legion wieder weitermarschiert. Gaius Marcellus Nerva. Sieg durch Disziplin! Disziplin! Der Typ ist ein Arsch! So, da! Bei der nächsten Seite! Ja! So! Oh, hier sind ganz viele Partikel! Schwarze Partikel! Äh... Ich gehe da nicht schön drauf. Okay. Lass mich mal da hin. Danke. Das ist von... Rockwell. Schon wieder. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Rockwell hatte hier seine Festung, oder? Eintrack 2. Die wundersamen Varianten der Pflanzenwelt auf dieser Insel wird nie aufhören, mich zu begeistern. Wenn ich meinen Kollegen in London davon erzählt hätte, dass ich mit einem Getränk, naja, also mit einer Substanz in der Lage wäre, jemanden gesamte Erinnerungen zu löschen, hätten sie mich aus dem Raum gelacht und mich nie wieder zum Tee eingeladen. Oh, wie schlimm. Aber... hier ist es. Mein Mind Wipe Tonic. Und wie üblich habe ich Tribe Leader Anführer, die an den Toren von Rockwell Manor kriechen, nur um eine winzig kleine Menge einer Probe davon zu bekommen. Und für das Rezept? Oh, die Reichtümer, die ich dafür Angebot bekomme. Aber ich bin nicht daran interessiert. An ihren Reichtümern. Ich habe meine Sicherheit, meine Supplies, Rohstoffe für meine Studien und all die Zeit in der Welt. Was nach mehr könnte ich schon fragen? Was mehr könnte ich brauchen? So rum. So, das dürfte dann ein Dosier-Eintrag wieder sein. Und wir haben... Ah, der nütze ich das! Also, hier ist ja der eine Eintrag, den müssten wir ja schon haben. Nee, ist für mich oder? Liegen zu oder? Ich habe auf jeden Fall jetzt das neue Ring gekriegt. Oh, ich auch. Okay. Ah, der Lero-Fleuro dann. Cool. Ich bin etwas verwundert, dass ich den Neugier kriege, aber ich war mir ziemlich sicher, dass wir den schon geholt haben. Aber gut. Ja, hier ist es auch schon. Kater, hör auf zu schreien. Der kennt Rosaurus und ich habe Errungenschaft freigeschaltet. Ah, nein, ja klar. Ich hasse dich. Warum kriegst du das und ich nicht? Ich weiß nicht, vielleicht hast du es schon oder ich habe keine Ahnung. Nein, den hatte ich noch nicht. So, nach langem suchen und dir echt angenervt sein, haben wir jetzt endlich die ominöse Kiste gefunden. Da unten ist sie. Und hier. Eigentlich sollte sie an der Küste sein. Also wenn ihr seht zwischen auf 70 an der Seite, also Longitude 70 auf der Longitude dann 25, 26 so in den Dreh rum. Da hätte das Ding eigentlich sein sollen und es ist hier. Ja, gut. Egal. Wir haben sie. also wenn wir es jetzt mal aufnehmen können. Na. Ah, jetzt. Rockwell, mal wieder. Oh, Trilobiten. Nein, Artefakte. Das sind Artefakte. Ich dachte, das wäre ein Trilobit. Nein. Passiert. So. Gut. Rockwells Eintrag Nummer 16. Nach vielen Tagen Reise, naja, Scoring. Nach vielen Tagen, die ich auf Archimedes verbracht habe, auf der Suche nach Hinweisen auf diesen, auf der Insel und vielen fruchtlosen Diskussionen mit den dummen, wilden Leuten, die den Großteil der Population auf dieser Insel ausmachen, habe ich endlich diejenigen gefunden, die ich brauche. Ein Tribe im Nordwesten, die sich die Iron Brotherhood nennen, haben anscheinend drei der Artefakte selbst gefunden. Und es ist klar, dass die sogenannten Relikte einen gemeinsamen Ursprung haben. Im Austausch für die Artefakte haben die Bruderschaft zugestimmt, jegliche weitere Dinge, die sie finden, an mich sofort weiterzuleiten, während sie ihre Suche fortsetzen. Was für ein wunderbarer Zufall. Jetzt kann ich zurück zu meinen alchimistischen Studien zurückkehren mit neuem Elan, während sie die Drecksarbeit in den Höhlen der Insel für mich machen. Brillant! Ich hasse Rockwell. Wattackel. Hier ist ein Arsch. Okay, so, roter Figur, was ist das? Echt jetzt? So. Das Parapheten ist das. Achso. Also wir könnten jetzt hier wirklich hier nochmal reinlaufen, dann könnten wir hier noch zwei in der Ecke hinflähen. Wenn wir schon gerade hier sind, oder? Mhm. Ich nehme doch mal den blöden Dossier etwas mit. Ich glaube, die hinten ist das schon, die sind so eben. Und ich glaube, hier müssen wir ohne die Spinos rennen. Ich bin gerade jetzt hier angenervt. Moment. Äh, hallo? Ja, Parasitärum, aber es wird mir nicht angezeigt. Was ist denn hier los? Hatten wir das schon und ich habe es nicht gemerkt? Also ich habe es noch nicht gehabt. Ich gucke gerade mal, ob es hier einträgt. Agentarvis, Basilosos, Bronto, Kastorides, Dimnophodon, Gigantosaurus, Ketrosaurus, Lyropeurodon, Lebsichtes, Megatherium, Oleg, Arachirino. Doch, Parasitärium, da. Irgendwie hatte ich das schon. Okay, gut. Also, habt ihr es jetzt gesehen? Äh, lauf jetzt geradeaus in den Wald hinein und dann siehst du den Schiffen stehen. So, jetzt habe ich den Raptor Bone Costume bekommen. Cool. Halt. Ja, dann hast du jetzt den, 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 den Dings gekriegt, den ich das letzte Mal hatte. So. Toll, jetzt rückseitig auch reinkommen können. Buckwell, acht. Hm. Okay, ähm, ja, super. Ähm, wie fange ich denn den Satz am besten an? Hahaha. Ähm, Testobjekte, die bereit waren und zu jeder Zeit erreichbar, hat mir sehr geholfen, meine Experimente fortzuführen. Selbst wenn ihre Anzahl über, über die Zeit hinweg abgenommen hat. Nicht nur war ich in der Lage, die Nebeneffekte vom Fryer Curry zu ändern und die Endothermic Poverties, also die, ähm, Körpertemperatureinstellungen. Ich habe es auch geschafft, einen zusätzlichen Vorteil in der Mixo herauszubringen. Jetzt sorgt es auch dafür, dass der Metabolismus, also alles, was mit Hunger und so zu tun hat vom Kreislauf und so, äh, abgesenkt wird. Was dazu, was bedeutet, dass sie für längere Zeit ohne Essen ohne Essen zurechtkommen. Das ist schön. Das ist fantastisch. Diesen, diese Möglichkeit hatte ich noch gar nicht in Erwägung gezogen. Mit all dem, was ich mit diesen Experimenten gelernt haben, könnte, kann ich mir vorstellen, dass ich den Effekt des Körpers auch umkehren kann. Ich kann eine Mixture hervorrufen, die es erlaubt, in extremer Hitze zu überlegen. Ich brauche noch mehr Freiwillige. Ganz schnell. Äh, reizend. Nein. Scheiße. Hey, da hast du ihn gefunden. Oh, ich wollte schon gerade sagen, ich habe irgendwas gefunden. Ja. Ach, der Eko, der das den Eko wieder gemacht hat. Ah, Le Ferd. Eko's. Eko's Magnus. So, damit wären wir... Was? Lipo. Ja. Wer baut den bitte im Sohn? Ich würde im Sohn bauen. Ja, ich weiß. Okay. Nun, ich schätze, meine Studien über die Obelisten sind so weit gekommen, wie es mit meinem archäologischen Wissen möglich war. Eine Schande, wirklich. Das war so eine fröhliche, spaßmachende, kleine Ablenkung, dass ich es hasse, es zu Ende zu... das ist... Ich hasse, das Ende davon zu sehen. Ach, Rockwell, du alter Idiot, du hast vergessen, dass die... in Ursprung dieser kleine... dieses kleines Ausflug... wie soll das Spelungen gehen? Hast du dir nicht selber die Hypothese aufgestellt, dass da noch viel mehr Artefakte versteckt sind, irgendwo anders auf der Insel? Du kannst doch nicht aufhören, bevor du nicht das bewiesen hast. Nein, das kann ich in der Tat nicht. Und außerdem kann ich nicht erwarten, dass sich die Höhlen des Arten alleine durchstöbern kann. Vielleicht kann jemand an meiner Stelle Spülungen geben. Und noch viel besser wäre es, wenn jemand das schon längst getan hat.